So Leute, kurzes knackiges Video, nur kurz für alle die Rette die Welt spielen. Wir können jetzt den Skin hier bekommen und wie ich gesagt habe bei Battle Breakers, wir müssen Battle Breakers weiterspielen, damit wir gewisse Skins bekommen. Bisher halt nur für Rette die Welt, aber ihr seht ja, es kommt jetzt einer bei Level 50, es kam ein Skin schon bei Level 50, es kam ein Skin bei Level 20, jetzt kommt einer bei Level 50. Mal gucken, wo die ganze Geschichte noch hingeht, aber ich sage immer wieder, wenn ihr mich natürlich unterstützen wollt und das Spiel noch überhaupt nicht runtergeladen habt, ladet euch das Spiel runter, ihr seht es hier unten einmal im Epic Games Store für PC, in der Epic Games App für Android, also da müsst ihr euch einfach nur diese Epic Games App runterladen und da findet ihr dann Fortnite drin und jetzt auch Battle Breakers oder im Apple Store, also ganz normal im App Store, ganz normal suchen. Also die für Android ist auch kein Problem, einfach die Epic Games App runterladen. Das ist quasi nur eine Epic App und da sind dann halt die Spiele drin. Im Prinzip habt ihr nur einen eigenen Ordner, der sich halt Epic Games nennt. So und denkt dran, gerne meinen Creator Code eintragen, den könnt ihr glaube ich nämlich nur einmal eintragen und dann einfach auf Kramf halt auf Level 50 hochleveln. Ich mache es halt immer beim Fortnite Spiel nebenbei, sage ich zwar immer, aber heute ist mein Akku ein bisschen leer. Ich bin jetzt Level 37, werde gucken, vielleicht werde ich es morgen noch hinkriegen, aber das werden wir dann sehen. Wie gesagt, nur kurze Info, was hier den neuen Skin-Gil betrifft für alle Rette die Welt Spieler und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Ist halt mal ein kurzes, knackiges Video, damit ich nicht immer nachgesagt bekomme, ach du streckst dein Video immer auf 10 Minuten, hauptsache Werbung. Also in dem Sinne, haut rein, viel Spaß bei Battle Breakers spielen und wie gesagt, vergesst nicht meinen Creator Code, man kann ihn nur einmal eintragen, also wäre schön, wenn ihr meinen nehmt und in dem Sinne, haut rein.